Hello everybody, here's Sarah. Willkommen zu meinem ersten Video über den englischen Artikel the. Das englische the ist ein sogenannter bestimmter Artikel, a definite article, und ist ein sehr nützlicher kleines Wort, da es dem Deutschen der, die, das und so weiter entspricht. In diesem Video werdet ihr die Regeln zur Anwendung von the lernen und ihr werdet erfahren, bei welchen englischen Wörtern man mit the aufpassen muss. Okay, lasst uns anfangen. Let's beginn. Wie ich schon erwähnt habe, entspricht das englische the dem Deutschen der, die, das und so weiter. Zum Beispiel The spoon, der Löffel, the sock, die Socke und Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com auf www.sofatutor.com Und ich darf bis zum nächsten Mal